Servus, grüß euch! Heute zeige ich euch zwei Mixed Media Tags und ich habe mir die schon ausgestanzt aus Aquarellpapier. Da habe ich das Canson XL Papier verwendet und ich starte mit so ein bisschen Stempeln im Hintergrund, damit schon mal so ein bisschen was auf den Text drauf ist. Ich nehme dazu so einen Textstempel aus unserem Mixed Up 4 Stempelset und da stemple ich einfach jetzt mit schwarz. Ich werde auch ein bisschen was wieder überkleben, weil ich als nächstes ein bisschen Collage drauf gebe. Und das ist jetzt noch so ein Video, wo ich meine Reste versucht habe aufzubrauchen. Das ist mir mittlerweile richtig gut gelungen. Also ich habe wirklich schon viel genutzt und habe mittlerweile auch ein paar neue Jelly Prints mir wieder hergeholt und habe damit was gestaltet. Ich klebe die Schnipsel wie immer mit dem Tombow Klebestick auf und die werden nicht die ganzen Tags vollkleben, sondern nur ein Teil. Und ich habe mich jetzt in dem Fall für die grün-blauen Papiere entschieden und da denke ich gar nicht viel drüber nach. Ich klebe die einfach relativ zügig auf. Ich versuche immer nicht zu viel drüber nachzudenken. Ich denke spontane Entscheidungen sind oft die besseren. Das Ganze habe ich jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf gemacht, weil das ganze Video sonst ein bisschen zu lang wird. Und deshalb geht das ein bisschen flotter hier. Es ist jetzt auch nichts Besonderes. Also ich klebe tatsächlich einfach nur Papiere auf. Genau, wenn diese ganzen Schnipsel dann auf den Tags aufgeklebt sind, dann wäre ich da eine Schicht klares Gesso drüber streichen. Mache ich eigentlich fast immer. Ich glaube, wenn du meine Videos kennst, dann wisst du das. Ich finde diese Oberfläche, die der Gesso macht, recht schön zum drüber arbeiten. Da kann man wirklich mit jedem Medium draufgehen, auch mit Aquarellfarben. Und deswegen finde ich das eigentlich super praktisch. Bevor da jetzt der Gesso draufkommt, stempele ich noch ein bisschen was, weil mir war das jetzt doch zu wenig. Da habe ich diesen Matte-Stempel aus dem gleichen Stempelset. Ich finde der ist ganz nett als Textur im Hintergrund. Natürlich nehme ich eine wasserfeste Tinte her auf dem, ich nehme halt Stayson auf einem normalen Papier. Funktioniert auch das Versa-Franclair, muss ein bisschen länger trocknen. Archival Ink, dann natürlich auch funktionieren. Und wie gesagt, jetzt kommt eine Schicht klares Gesso drauf. Ich habe hier den von Liquitex. Ich finde, dass der genauso trocknet wie der von Pebeo. Ich mag nur die Flasche wesentlich lieber. Als nächstes möchte ich ein bisschen eine Textur drauf bringen mit einer Schablone. Ich nehme da die Small Triangle Schablone und ich nehme ein Gel-Medium. Das ist ein relativ schweres Gel-Medium. Ich glaube, das ist noch das von Liquitex. Das ist schon ein mattes Medium, aber trotzdem ist die Oberfläche nicht porös nachher. Also man kriegt dann einen Unterschied von den Oberflächen. Der Gesso verhält sich anders wie dieses Gel-Medium. Und dadurch entsteht nachher so ein bisschen eine Textur im Hintergrund, wenn man mit Farbe drauf geht. Ich werde heute die Distress Crayons verwenden. Das sind so weiche Aquarellkreiden. Die sind so ähnlich wie die Faber Castell Gelatus. Aber während jetzt meine Textur trocknet, koloriere ich erstmal meine möglichen Hauptmotive. Ich möchte wahrscheinlich wieder die Pilze verwenden. Nicht alle, die ihr hier seht, aber einige davon. Und das Ganze möchte ich kombinieren mit Motiven aus unserem Doodle Flower Stempel Set. Und kolorieren tue ich das Ganze mit Brushos. Das habe ich in einem der letzten Videos schon mal gezeigt. Ich mache das recht gern auf die Art, weil es schnell geht und weil die Ergebnisse auch wirklich schön sind. Ich habe es schon oft erwähnt, ich bin niemand, der gut ausmalt. Also wenn ich ausmale und ich versuche, das dann möglichst gut zu machen, dann endet das meistens, damit das nicht gut ausschaut. Und deswegen koloriere ich meistens recht zügig und schnell. Und ich mache es hier ganz einfach so. Ich feuchte den Bereich an, den ich kolorieren will. Streue dann ein bisschen was von den Pulvern rein und bewege die Pigmente dann so ein bisschen. Nicht zu viel, damit es nachher nicht langweilig ausschaut. Das gleiche mache ich jetzt hier mit Grüntönen. Ich habe mir die Blätter aus dem Doodle Flowers Stempel Set gestempelt. Alles, was ihr hier gestempelt seht, habe ich mit Versa Fine Clear gestempelt. Und dann mit Clam Embossing Pulver embossed. Ich mag das gern, wenn man so ein bisschen eine dreidimensionale Linie hat. Vor allem bei dieser Art und Weise zu kolorieren, weil da diese Feuchtigkeit nicht so leicht über den Rand rausgeht, weil man halt eine kleine Erhebung hat. Sobald dann meine Motive getrocknet sind, schneide ich die natürlich aus. Sowas mache ich meistens auf Nacht vorm Fernsehen. Ich finde, das ist immer eine recht entspannende Geschichte. Das mache ich eigentlich total gern. Und jetzt kommen wir zu den Distress Crayons. Ich habe mir hier auch Grüntöne rausgesucht. Da der Hintergrund ja eh schon ein bisschen grün hat. Und meine Pilze passen, glaube ich, farblich recht gut auf so einen herbstlichen Waldhintergrund. Und deswegen verwende ich hier auch Grüntöne. Ich trage die Crayons direkt auf das Tag auf. Durch diese Textur, die von der Schablone drauf ist, bleibt da recht viel Material hängen. Das Ganze verblende ich jetzt mit dem Finger und man kann den dann auch mal ins Wasser eintauchen. Und damit lässt sich das Ganze dann leichter verwischen. Und ich finde, das ist so richtig, ja, das ist eine richtig schöne Sache. Also ich arbeite gern mit meinen Fingern in der Farbe. Ich versuche hier nicht alles voll zu malen, sondern dass auch so ein bisschen ein weißer Bereich bleibt, damit der Kontrast vorhanden bleibt. Sonst wird es relativ schnell ein bisschen langweilig. Wenn ihr hier keine Distress Crayons habt, könnt ihr für das Gleiche, also für ähnliche Ergebnisse, Aquarellfarben verwenden. Ihr könnt die Neocolor Kreiden verwenden, die Stabilo Woodies. Mit dem kann man ähnliche Ergebnisse erzielen. Die funktionieren relativ gleich. Die Farbe Castell Gelatus sind sehr, sehr ähnlich. Oder diverse Gelsticks, die es so gibt. Man muss mit diesen Kreiden so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel macht und nicht zu viel verschiedene Farben mischt. Sonst wird es relativ schnell ein bisschen, ja, so fad, also so matschig und schlammig. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, damit die Farben auch schön gesättigt bleiben und frisch und nicht so überarbeitet ausschauen. Ich komme noch mit ein bisschen Blau rein, weil wir ja da tatsächlich so ein bisschen Blau-Grün im Hintergrund haben. Da passt es recht gut. Und verteile die Farbe auch wieder mit meinem Finger. Durch diese unterschiedlichen Texturen, die wir da jetzt haben, mit dem klaren Gesso, der ein bisschen Grip hat und dem Gel-Medium, was relativ glatt ist, kriegt man jetzt natürlich unterschiedliche Texturen. Da haben wir hier mit Aquarellfarben arbeiten, also mit wasserlöslichen Farben. Dann perlen die von dieser glatten Oberfläche mehr ab und bleiben auf der Texturoberfläche von dem klaren Gesso mehr hängen. Und dadurch kommt diese Textur, die man mit der Schablone aufgetragen hat, wesentlich besser raus. Man kann hier, wie ihr seht, auch mit dem Pinsel arbeiten und die Farbe verteilen. Und ich sage ja, wenn ihr diese Kreiden näht habt, nehmt es Aquarellfarben her, funktioniert sehr, sehr ähnlich. Okay. Und natürlich wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann gebt es mir bitte einen Daumen nach oben. Und ich freue mich auch über jeden Kommentar. Ich weiß, dass das ein bisschen blöd ist, wenn man am Fernsehen schaut, da kann man ganz schlecht kommentieren. Das mache ich auch nicht, weil also mit der Fernbedienung irgendeinen Text tippen ist echt ein bisschen nervig. Aber ein Daumen hoch wäre auch schon mal nicht schlecht. Wie immer findet ihr alle Produkte, die ich verwende, unten in der Videobeschreibung, genauso wie einen Link zum Blogpost. Da könnt ihr nochmal Fotos von den Tags anschauen in aller Ruhe. Bis zum nächsten Mal. Ich möchte jetzt hier in den unteren Bereich noch wirklich ein bisschen dunkler werden und verwende das schwarz von den Distress Crayons, da verwende ich das Black Soot und da bringe ich nochmal richtig dunklen Kontrast rein. Das symbolisiert auch so ein bisschen vielleicht den Waldboden, wo nachher meine Pilze wachsen. Was ich da auch gut finde, wenn man recht viel von dieser Kreide verwendet und das mit Wasser schön anlöst, dann kann man die auch verlaufen lassen. Das mache ich hier, ich gebe da nochmal extra Wasser mit dem Finger drauf und dann läuft es so zwischen diese schablonierten Bereiche rein und hebt die Textur auch nochmal hervor und ich finde, das schaut eigentlich recht schön aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn jetzt diese Tags getrocknet sind, dann gehe ich nochmal her und lege nochmal die Schablone drauf und verwende dann so ein Feuchttuch und wische da drüber. Dann gehen von diesen Bereichen, wo dieses Gelmedium ist, diese Farben wieder ein bisschen ab und die Textur wird noch mehr hervorgehoben. Das gefällt mir ganz gut, muss man aber nicht machen. Also je nachdem, wie es einem halt gefällt. Und wie immer braucht es bei mir natürlich weiße Farbspritzer. Ich nehme da wieder diese Kreide her von Artgraph, weil das ist wirklich zur Zeit mein absolutes Lieblingsweiß. Meine Acryltinte ist leer und ich habe mir nur noch keine neue gekocht und deswegen verwende ich diese im Moment immer für weiße Farbspritzer. Und das ist wirklich, ich habe noch kein weißeres Aquarellteil gesehen, also Aquarellfarbe gesehen wie das. Ich nehme es auch gerne im Sketchbook her. Und auch zum Trocknen zeichnen funktioniert das super. Das Weiß geht wirklich über fast jedes Material drüber. Also das ist da ganz praktisch. Ich habe jetzt die Tags auf Zeitig schon, ich lasse die trocknen und ich habe hier so ein paar Tickets gefunden. Und da wollte ich so ein bisschen Collage unter die Pilze kleben, habe aber nichts in Grün gehabt. Und jetzt habe ich mir da so eine alte Buchseite, die war auch schon fertig. Da ist eine Acrylfarbe drauf. Und da finde ich, hat der Grünton richtig gut passt und deswegen stempele ich mir da jetzt ein paar Tickets. Die schneide ich dann aus und die verwende ich dann auf den Tags so ein bisschen als Untergrund für meine Pilze und für die Blätter, die ich zuvor schon gestempelt habe. Da mische ich noch ein bisschen von diesem Blau dazu und ich glaube auch eins von den gelben Tags, nicht Tags, Tickets. Ich finde die ganz nett, so als Collage-Element. Ja, jetzt geht es ans Aufkleben und ans Ausprobieren, welche Kombination schön ausschaut und welches Layout mir am Ende gefällt. Ich mache es da oft so, dass ich durch die Kamera schaue, weil man da ein bisschen einen höheren Abstand hat zu dem Werk. Und dadurch fällt es einem, finde ich, leichter zu sehen, was gut ausschaut. Mir werden die Tickets teilweise auch reißen. Und eben einfach mal gucken, wie es mir am Ende gefällt. Ich habe das Ganze jetzt einmal in Echtzeit gelassen. Falls ihr vielleicht gerade mitbastelt und kreativ seid, dann rennt euch das Video jetzt nicht davon. Und mir finde es eigentlich auch immer ganz spannend, dass man das ja nicht, dass man das ja, wenn man diese Sachen dann sich aussucht, was man drauf klebt und wie es ausschauen soll, das mache ich ja nicht und dann passt das. Sondern ich muss da schon manchmal ein bisschen hin und her schieben und überlegen und manchmal gefällt es mir, dann gefällt es mir wieder nicht. Dann muss ich wieder was ändern. Das schaut manchmal im Video vielleicht einfacher aus, als es dann eigentlich in Wirklichkeit ist. Vielen Dank. Wenn ich mir dann überlegt habe, wie es sein soll, dann schiebe ich das einfach so ein bisschen nach oben und dann werde ich jetzt erst einmal hier von diesen Tickets was aufkleben. Man kann sich natürlich auch ein Foto machen und das dann nochmal herholen, dann fällt es einem nachher leichter, die Sachen auch wirklich wieder an die gleiche Stelle zu kleben. Aber da ich mein Handy gerade hernehme zum Filmen, ist das immer ein bisschen ungeschickt. Und ich klebe hier die Tickets mit dem Klebestick auf, für die Pilze und die Blätter verwende ich dann einen Flüssigkleber, weil die sind auf ein bisschen am festen Papier gestempelt. Und da hebt es mit dem Flüssigkleber einfach besser, wie mit diesem Klebestick. Und da ist das anche so, wie mit dem Klebestick. Und da ... da ist es mit dem Klebestick im têm supplementARY Mitchell. und schreie die Haaresgerungen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020